Moin meine Lieben! Herzlich willkommen zurück zu Plötzlich Farmer, unserem Rollenspielprojekt. Und ich bin dabei, unten am Hafen hier Raps zu verkaufen und fahr dann wieder hoch zum Hof, um dann den Rest zu holen. Und ich bin dabei, ich bin dabei, unten am Tag teachers, auch lustig und ab geht es wieder noch es 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh, ihr Auto ist eingesunken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Die neue Stelle ist immer noch nicht fertig. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 meine lieben das ist unfassbar das war's für diese folge ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen für eure treue ja letzte sonntag die folge ist ausgefallen weil uns bei der letzten aufnahmesession der server abgekackt ist und beziehungsweise also nicht unser game server sondern die giant server und deshalb gibt es jetzt nur diese ausgabe und schaut wieder rein bei mir auf dem kanal bei mario hirschfeld auf dem kanal oder bei falco hirschfeld auf dem kanal ich bedanke mich bei euch und sage tschau ja jenni ja 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 Vielen Dank.